Ein großer Teil der Apostelgeschichte besteht aus Reiseberichten. Meistens geht es dabei um die Reisen des Apostels Paulus, seine Missionsreisen in die verschiedenen Länder und Gegenden. Auf diesen Reisen hat er immer allerhand erlebt. Das ist sehr interessant, was da so berichtet wird. Heute wollen wir uns aus Apostelgeschichte 14, die Verse 21 bis 28 lesen. Ich lese hier nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Apostelgeschichte 14, 21 bis 28. Paulus und Barnabas verkündeten in Derbe die gute Nachricht und konnten viele Menschen für Jesus gewinnen. Dann kehrten sie über Lystra und Iconion nach dem pysidischen Antiochia zurück. Hier machten sie den Christen Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Wir müssen viel Schweres durchmachen, bevor wir in Gottes neue Welt kommen, sagten sie ihnen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindevorsteher ein und mit Fasten und Beten stellten sie alle Glaubenden unter den Schutz dessen, den sie als ihren Herrn angenommen hatten. Dann reisten sie durch Pisidien nach Pamphylien. Sie verkündeten ihre Botschaft im Perge und gingen weiter nach Atalia. Von dort aus kehrten sie mit dem Schiff zum Ausgangspunkt ihrer Reise nach Antiochia zurück. Hier waren sie der Gnade Gottes anbefohlen worden für das Werk, das sie nun vollendet hatten. Nach ihrer Ankunft riefen sie die ganze Gemeinde zusammen und berichteten, was Gott alles durch sie getan und dass er auch Nichtjuden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Paulus und Barnabas blieben nun längere Zeit in der Gemeinde in Antiochia. In Derbe neigt sich die erste Missionsreise des Apostels Paulus ihrem Ende entgegen. Viel hat er erlebt, seitdem er und Barnabas von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt wurden. Er hat nicht nur Menschenmassen gefunden, die ihm zuhörten. Er hat auch Feindschaft und Widerstand angetroffen. Auf Zypern konnte er einen römischen Stadthalter zu Jesus führen und einen Zauberer mit Blindheit schlagen. Einen gelähmten Mann hat er im Namen Jesu geheilt. In Lystra wurden die beiden Apostel als Götter verehrt und man brachte ihnen Opfer dar. Ein wenig später wurde Paulus von derselben Menge gesteinigt. Was jedoch das Wichtigste war, in fast allen Städten, durch die die Boten Gottes kamen, bekehrten sich Menschen zum christlichen Glauben. Nun ist das mit der Bekehrung so eine Sache. Eine Bekehrung ist bis heute noch die grundlegende Erfahrung für einen Christen. Kein Mensch kann Christ werden ohne eine persönliche Entscheidung. Man muss ein Jünger Jesu sein wollen. Man muss ihm als Herrn gehorchen und folgen wollen und man muss bereit sein, seine Sünde zu lassen und ein neues Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Dann wirkt Gott die Wiedergeburt im Herzen des Menschen, der willig dazu ist. Wir nennen diesen Vorgang die Bekehrung. Nun ist die Bekehrung aber noch nicht alles. Doch sie ist der Endpunkt des alten Lebens ohne Gott und sie ist der Ausgangspunkt für das neue Leben mit Gott. Sie ist der erste Schritt auf dem Weg der Nachfolge. Dieser erste Schritt ist von größter Bedeutung. Man kann nicht den zweiten und dritten Schritt tun, ohne den ersten gemacht zu haben. Aber nachdem der erste Schritt getan ist, müssen auch die anderen folgen. Auch unter unseren Hörern gibt es eine ganze Anzahl, die einmal den ersten Schritt der Nachfolge Jesu getan haben. Zum Teil haben sie es aufgrund der Predigten getan, die sie im Radio hörten. Zum Teil durch ein Schriftchen. Zum Teil sind sie durch einen Freund oder Bekannten zu Jesus geführt worden oder sie kamen in eine Gemeinde zum Glauben. Sie haben den ersten Schritt getan, daran ist kein Zweifel. Der Schritt zur Entscheidung für Jesus war bewusst und klar. Es war ein guter Anfang. Doch dann gab es Probleme. Manch einer kam nicht weiter im Glaubensleben. Sein biblisches Wissen blieb auf demselben Punkt stehen. Es kam nie zu einem regelmäßigen Gebetsleben und schon gar nicht zur verantwortlichen Mitarbeit in einer lebendigen christlichen Gemeinde. Ja, bei manchen erkaltete der christliche Glaube wieder und Fragen tauchten auf. Leider kennen wir viele Leute, die einmal einen Anfang mit Gott gemacht haben, dann aber nie im Glaubensleben weitergekommen sind. Und das ist sehr traurig. Vielleicht liegt es an uns, dass wir uns nicht mehr bemüht haben, mehr Briefe geschrieben und mehr Literatur mit Unterweisung verschickt haben. Oftmals liegt es aber auch an der Person selbst. Sie ist zufrieden mit dem, was sie hat, möchte sich nicht weiter Mühe machen, Gottes Plan kennenzulernen. Sie möchte sich nicht die Mühe machen, die Bibel zu lesen, eine christliche Gemeinde zu besuchen und sich für Gottes Sache einzusetzen. Manch einer erliegt dann noch eine Irrlehre oder er lässt sich in seiner ganzen Ignoranz vor den Karren politischer oder antichristlicher Parteien oder Gruppen spannen. So fallen wieder viele ab und sind kein rühmliches Beispiel für einen wahren Christen. Das ist nicht nur heute so, sondern auch zu Paulus Zeiten. Die große Sorge der Apostel war ständig, wie geht es mit den jungbekehrten Christen weiter? Auch als Paulus von seiner ersten Missionsreise umkehrte, war das eine große Frage. Wie geht es wohl den Leuten, die sich in Lystra, in Iconion, in Antiochia, in Perge und auf Zypern bekehrt haben? Die andere Frage war, was können wir tun, damit sie festbleiben und im Glauben wachsen? Das sind sehr wichtige Fragen, die auch mich immer wieder beschäftigen. Die Apostelgeschichte gibt uns zum Teil eine Antwort auf die Frage, wie man Nacharbeit macht und was alles dazugehört. Nacharbeit, das ist der zweite Besuch bei den jungen Christen. Es ist das unterweisende Gespräch, die Belehrung, aber noch manches mehr. Wollen wir einmal sehen, wie Paulus und Barnabas Nacharbeit machten. Erstens, sie besuchten die jungbekehrten Christen. Es ist erstaunlich, was Gott alles tun kann ohne diese Nacharbeit. In unserer Gemeinde in Quito hatten wir einige ganz einfache Leute, die kaum lesen und schreiben konnten. Einmal besuchte ich ein junges Ehepaar aus unserer Gemeinde, Patti und Hector. Zufällig war auch die Mutter des jungen Mannes anwesend. Sie ist eine sehr einfache Frau. Aber wie Gott sie von den Sünden überführt hat, wie er sie in einer unchristlichen Umgebung am Glauben erhalten hat und sie in der Wahrheit weitergeführt hat, das ist sehr erstaunlich. Ich kann das nicht erklären und nicht verstehen, wie sie tiefe biblische Wahrheiten klar erkannt hat und anderen Menschen Gottes Plan und Gottes Führung erklären kann. Wenn es nicht anders geht, kann Gott auch die jungen Christen durch seinen heiligen Geist erhalten und weiterführen. Aber doch haben die reiferen Christen eine Verantwortung für die eben zum Glauben gekommenen. Wir können nicht einfach sagen, Gott macht das schon alles, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Darum gingen auch Paulus und Barnabas wieder zurück zu den jungen Christen. Schon allein die Gegenwart dieser Gottesmänner war eine überaus große Stärkung für diese Leute. Vielleicht hatten sie noch manche Fragen, die ihnen später eingefallen waren und sie konnten gute, erbauende Gespräche führen. Der eingangs gelesene Abschnitt erwähnt besonders zwei Dinge, die die Apostel bei ihren Besuchen sagten. Erstens, sie machten den Christen Mut. Da waren manche Anfechtungen und schwere Erfahrungen, durch die die jungen Gläubigen gegangen waren. Sie wurden von ihren Verwandten und Freunden nicht mehr verstanden und fühlten sich allein mit ihren Ansichten. Sie brauchten wieder neuen Mut. Zweitens heißt es, dass Paulus sie ermahnte, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Manche hatten vielleicht schon zurückgesteckt oder sogar aufgegeben und wieder falsche Ideen und Lehren angenommen. Sie mussten ermahnt und zurechtgerückt werden. Vielleicht machte sie diese Ermahnung zuerst traurig, aber dann kamen sie doch weiter in der Erkenntnis Gottes und im Glauben. Eine Art Nacharbeit zu tun war also der Besuch an den Orten, wo Paulus vorher schon einmal gepredigt hatte. Zweitens sehen wir in diesem Abschnitt, dass Paulus Gemeindevorsteher einsetzte. Es hat den Anschein, als ob die jungen Christen sich ganz von sich aus regelmäßig versammelten und vielleicht beteten, sich erinnerten an das, was sie aus den Reden des Paulus behalten hatten oder erzählten, was sie alles in der Nachfolge des Herrn erlebten. Obwohl sie keine geschulten Prediger waren, waren diese Versammlungen doch von großem Wert für die Erhaltung des Glaubens. Auch wir brauchen heute die Gemeinschaft mit anderen Christen, wenn wir wachsen wollen. Nun suchte Paulus aber unter den Leuten aus der Gemeinde solche aus, die einen besonders starken christlichen Charakter hatten. Es kam hier besonders auf ihre geistlichen Qualitäten an. Diese Leute stellte Paulus vor die Gemeinde und segnete sie. Nun sollten sie von den anderen respektiert werden. Und diese Leiter sollten über das geistliche Wohl der Gläubigen wachen und selbst ein gutes Beispiel geben. Es war sehr weise von Paulus durch dieses Vorgehen, die Gemeinden von sich selbst zu lösen und selbstständig zu machen. Es war eine weitere Art der Nacharbeit. In Apostelgeschichte 14 bekommen wir einen kleinen Einblick in die Art, wie Paulus und Barnabas Nacharbeit gemacht haben. Die sind ja nur einige Verse. Im ganzen Buch sehen wir das ja viel ausführlicher und viel genauer, wie das immer geschehen ist. Aber wir hatten gesagt, dass ihre Nacharbeit bestand darin, dass sie die Leute, die zum Glauben gekommen sind, wieder besucht haben. Dann haben sie sie ermutigt und ermahnt und sie gestärkt, im Glauben weiterzumachen. Weiter haben sie Gemeindeleiter oder Gemeindevorsteher eingesetzt, die über der Gemeinde wachen sollten und eben auch sie weiter anleiten und führen sollten. Drittens merken wir im selben Abschnitt, dass Paulus und Barnabas die jungen Christen mit Fasten und Beten unter den Schutz des Höchsten stellten. Ja, das Gebet ist eine gute Art der Nacharbeit. Um auf diese Weise für die Glaubenskinder einstehen zu können, braucht man nicht unbedingt bei ihnen zu sein. Überall, zu jeder Zeit, in jeder Situation kann man für sie beten. Das hat Paulus auch gemacht. Aus seinen weiten Reisen zu Fuß oder im Gefängnis hat er immer für die jungen Christen sogar namentlich gebetet. Wer weiß, wie viele Gemeinden und Personen im Glauben erhalten geblieben sind, weil die Apostel immer treu für sie gebetet und gefastet haben. Übrigens gibt es das in vielen Gemeinden, dass sich Leute zum Gebet treffen und für die jungen Christen beten oder für Missionare und Leute, die durch sie zum Glauben gekommen sind. Auch gibt es direkt Gebetsbewegungen und Organisationen, wo für spezielle Anliegen, für spezielle Personen oder Aufgaben gebetet wird. Also wo sich Leute treffen, um nur für dieses Anliegen oder für diese Anliegen zu beten. Also das Gebet ist eine sehr wichtige Art der Nacharbeit. Eine weitere Art der Nacharbeit waren die Briefe. Das wird nicht in diesem Abschnitt ausdrücklich erwähnt. Die Ortschaften jedoch, die hier genannt werden, liegen alle in einer Landschaft mit dem Namen Galazien. Als Paulus später den Galaterbrief schrieb, dachte er sicherlich an die Gemeinden in Derbe, Lystra, Iconion und Antiochia, von denen wir eben gelesen haben. Im Brief an die Gemeinden in Galazien stellt Paulus noch einmal verschiedene Irrtümer klar, warnt vor falschen Lehren und ermutigt sie, den Glauben an Jesus nicht zu verlieren. Alle 13 Briefe des Apostels Paulus im Neuen Testament sind an gläubige Christen geschrieben, mit dem Ziel, sie im Glauben weiterzuführen. 5. Die letzte Art, die im Zusammenhang mit diesem Kapitel steht, ist der Missionsbericht. Paulus und Barnabas kehrten wieder zu der Gemeinde in Antiochia in Syrien zurück, von der sie ausgesandt worden waren. Dort erzählten sie dann von ihren Erlebnissen. Diese Missionsberichte waren nicht nur eine große Freude für die ganze Gemeinde, sondern sie öffneten ihr auch die Schau nach draußen. Ihr ganzer Horizont wurde erweitert. Sie lernten etwas über das Leben der Menschen in anderen Ländern, über die Kraft des Evangeliums, über die Schwierigkeiten, die andere Christen hatten und vieles mehr. All das stärkte und baute die Gemeinde auf. Deshalb glaube ich, dass wir auch heute noch in unseren Gemeinden Missionsberichte brauchen. Sie erfreuen und ermutigen uns. Sie weiten unsere Sicht und stärken uns zum Einsatz bei der Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Welt. Bist du vielleicht ein Christ, der schon bei der Weiterführung junger Christen mithelfen kann? Dann tu es doch bitte. Überlass die Schwachen im Glauben nicht ihrem Schicksal, sondern hilf ihnen durch Gebet, durch Ermutigung und Ermahnung. Bist du selber ein Anfänger im christlichen Glauben? Dann lass dir helfen. Suche andere Christen auf, die dir helfen können. Lies christliche Bücher. Lies die Bibel. Bitte sieh zu, dass du nicht wieder abfällst. Du den zweiten und den dritten Schritt und geh weiter auf das Ziel zu, das Gott für uns hat. Wir beten. Himmlischer Vater, du kennst alle unsere Hörer, die im Glauben begonnen haben und noch schwach und unsicher sind. Für alle wollen wir dich herzlich bitten, führe du sie weiter. Aber wir beten auch für die, die den ersten Schritt noch nicht getan haben. Hilf ihnen, sich zu entscheiden und dir von heute ab mit ganzem Ernst nachzufolgen. Amen.